Was geht Leute? Mein Name lautet Danny P-P-P-Bönitsch. Willkommen zu einem neutem Video hier auf meinem Kanal. Heute spielen wir Black Ops 2 weiter und ich bin umgezogen. Es tut mir wirklich leid, ich hab einen kleinen Hall hier im Zimmer. Also man hört mich vielleicht doppelt oder so oder man hört einfach den Hall. Dieser wird in ein paar Tagen verschwinden, denn ich hab hier noch nicht so viel stehen. Ich mein, ich hab hier so viel hingelegt, wie ich konnte, aber er ist immer noch so ein bisschen da. Das ist halt immer das Problem bei Umzügen. Ich bin jetzt umgezogen, alles ist hier, die alte Wohnung ist Müll. Ich bin so froh, dass ich da weg bin. Endlich Leute, endlich bin ich umgezogen. Ganz ehrlich, ich hätte sowas können, was spiel ich eigentlich? Spiel ich Freifahrale oder Team Deathmatch? Wahrscheinlich Team Deathmatch, ne? Ich bin mir gar nicht sicher. Alles ist perfekt, außer natürlich der Hall und außer das Internet. Ich hab zwar einen Zwölfer-Ping, was mir erlaubt trotzdem ganz gut zu spielen. Allerdings, ähm, hab ich leider, okay, das ist, das ist Team Deathmatch, okay. Allerdings habe ich, äh, eine ziemlich schlechte Schnelligkeit des Internets. Also, wie gesagt, der Ping ist gut, was beim Zocken, äh, stimmen muss. Aber, die Internetschnelligkeit ist nicht so gut. So. Okay, es ist, oh, ihn. Da kam quasi gerade was aus meinem Mund raus. Das wollt, was wollt ihr nicht sehen. Es ist schon eine längere Zeit her, dass ich gespielt habe, es tut mir leid. Außerdem habe ich gerade mein, mein Headset an meinem Fernseher angesteckt. Der, ähm, der neu ist. Also, das ist kein Fernseher, das ist mein alter Monitor. Der ist so ein bisschen kaputt. Aber, YOLO, YOLO, YOLO. So, stirbt man. Oh, mein, mein Aiming! Was ist denn da los, Mann? Oh Gott, immer wenn ich so eine lange Zeit nicht mehr gespielt habe, dann ist mein Aiming so richtig scheiße. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass, ähm, es mich auf jeden Fall... Was sagt der vor? Will er, was will er später seinen Kindern sagen? Dass es, äh, mich auf jeden Fall schon nervt ist mit dem Internet. Ist schon so eine Sache, die mich so ein bisschen tausig macht, muss ich sagen. Fange ich immer jeden Tag an zu weinen, könnt ihr euch ja vorstellen. So, die sind alle hier. Ach, der ist doch hier, Mann. Wo ist er denn? Hallo, nimmst du Drogen? Ach, der Typ ist da oben. Meine Güte, wie mich das nervt, ey. Hallo, zeig dich, Mann. Ach, der... Oh, Mann. Oh, kommt schon, Mann. Hab nicht ewig Zeit, Alter. Hat der Selbstmord begangen? Der ist, der ist... Der hat Selbstmord begangen, Leute. Der ist gestorben. Okay. Ich glaube, der Typ ist auf Droge oder sowas. Ah, nee, der ist da, glaube ich. Ja, hier ist er. Na ja, auf jeden Fall ist es wirklich, äh... Ja, also nicht mehr stressig, kann ich nicht mehr sagen. Nur halt, wie gesagt, es dauert halt vier Stunden, um mein Video... Ach, dieser Bastard, Alter. Es dauert halt vier Stunden, um mein Video abzuladen, was ziemlich nervig ist. Es nervt wirklich und deswegen, ähm... Ja, es nervt einfach, Punkt, mehr nicht. Vier Stunden, um mein Video abzuladen. Vorher hat es fünf Minuten gedauert, ernsthaft. Also jetzt ohne Witz. Na ja, gut, fünf Minuten wäre ein bisschen zu schnell, aber so sechs, sieben Minuten oder so. Keine Ahnung, irgendwie so. Ihr wisst, was ich meine. Und jetzt auf einmal vier Stunden, ist unglaublich. So, meine Frage ist allerdings, wo spawnen die jetzt? Gott, wenn ich so lange nicht mehr gespielt habe, ich war auch gerade beim Fitness. Hallo? Oh mein Gott, wieso höre ich auf zu schießen? Ich war auch gerade beim Fitness und habe dort, äh... Wieso lag meine Aufnahme eigentlich? Hör auf zu lag, Mann! Ähm, und immer nach dem Fitness fühle ich mich auch so ein bisschen komisch. Äh, so ein bisschen schwach, würde ich sagen. Und, äh, ja. Deswegen, ne? Außerdem bin ich auch leicht erkältet, muss ich auch dazu sagen. Hallo, willst du auch mal sterben? Meine Güte, wenn ich das hasse, Alter. Wenn die... Oh, meine... Meine Güte, Alter. Ah, ist er tot, ja, ist er, okay. Ja, sorry. Ist gerade ein bisschen peinlich, was ich hier gerade abziehe. Ja, natürlich, C4. Du bist der beste C4-Werfer, aber ich liebe deine Muskeln. Ah, ja, noch eine wichtige Sache. Mein Snickers-Eis ist leer. Und heute ist Sonntag. Scheiße, Mann. Was macht man in dieser Situation? Schreibt es in die Kommentare. Ey, du Bastard, kannst du... Du... Er will snipen. Er will... Er will's wirklich. Er will snipen, aber er schafft's nicht. Hab so viel, ich rotze in meiner Nase. Das ist so eklig, Leute. Ohne Scheiß, Alter. Kann ich euch schon mal sagen, ey. Ist nicht mehr witzig, Alter. Ich hasse, ach, der Typ liegt hier. Oh, mein, kommt der von rechts. Alles klar. Alles wird gut. Wir alle sind happy. Na ja. Na ja, na ja, na ja. Endlich habe ich auch Rewe in meiner Nähe. Das bedeutet also, ich kann schneller Snickers-Eis holen. Das ist natürlich sehr praktisch. Deswegen bin ich übrigens umgezogen. Hat er keine Anwendung. Hallo, bist du dumm, oder was? Was tutest du mich? Ich bin doch schon tot, Mann. Was macht der da eigentlich? Ist er auf Droge, oder was? Er schießt doch drauf, obwohl ich schon tot bin. Na ja. Ich kriege gar keine Kills mehr. Was habe ich? 11 zu 7? Ernsthaft? Ich habe 11 zu 7? Ein 11 zu 7? Ich habe ein 11 zu 7. Oh, mein Gott. Ohne Scheiß, sowas würde ich niemals hochladen. Aber es geht gerade nicht anders. Ich kann halt nur einen... Ja. Ich habe ein 12 zu 7, lol. Das ist das schlechteste Score, den ich jemals in meinem Leben hatte. Ach, du Scheiße. Ich frage mich eigentlich, ob ihr meine Spülmaschine hört. Hat ich das Scheiß-Hall, ne? Oh! Hallo! Hallo! Hört ihr das? Eklig, Alter. Ich hasse das. Ich muss das Video beenden. Tut mir leid. Ich liege das Video sonst nicht hoch. Das kommt nicht mehr hoch heute. Das wird so lange uploaden, bis ich nicht mehr weiß, um was es geht. Danke fürs zu Ende schauen. Daumen nach oben. Für mehr Call of Duty! Und so. Und ja, ich habe Advanced Warfare Gameplay aufgenommen. Kommt auch noch. Nur ich warte wirklich auf meine gute Internetleitung. Denn so ein Video dauert eigentlich länger als 10 Minuten, Advanced Warfare. Also bewerten mit dem Daumen nach oben. Abonnieren. Link in der Beschreibung zu GameKey. Von mir für ganze Gespiele-Keys. Bis zum nächsten Video. Ciao!